Wie schon so oft bin ich auch heute. Nein, schon als Kind zog es mich. Nee. Als ich mich heute früh auf den Weg für einen kleinen Spaziergang in den Wald machte, da ahnte ich noch nicht, dass ich diesen Tag nie mehr wieder vergessen würde. Dabei fing alles ganz normal an. Es ist nichts Außergewöhnliches, dass ich an manch stressigen Tagen Zuflucht in der Natur suche. Wenn mir der Lärm der Großstadt zu viel wird, erfreue ich mich umso mehr daran, den vierstimmigen Gesängen unserer Mutter Erde zu lauschen. Wenn ich an den himmelshoch türmenden Bäumen heraufschaue und die goldenen Sonnenstrahlen durch die Wolken glitzern sehe, dann erfüllt sich mein Geist mit einer wundervollen und einzigartigen Sensation, die nichts anderem auf dieser Welt gleicht. Ich fühle mich zu Hause. Ein klein wenig abseits der Stadt liegt mein persönlicher Lieblingsort. Es ist ein kleines Stück Wald, das an einem Seegrenzbrunnen eine winzige Insel schwimmt. Bevor ich mich heute auf den Weg zur Arbeit machte, wollte ich nur schnell ein paar Schritte gehen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Ich konnte es zwar nur nicht zuordnen, aber wie ich so lief, überkam ich das Gefühl, es folgte irgendetwas nicht seinem natürlichen Lauf. Es flogen keine Vögel durch die Luft und es fielen auch keine Äste von den Bäumen, die dann auf dem Boden zerbrechen würden. Etwas hatte sich verändert, ich wusste nur noch nicht was. Dennoch folgte ich zunächst auch weiterhin dem Pfad, den ich zuvor schon hunderte Male gegangen bin. Doch je weiter ich vorankam, desto mulmiger wurde mir. Mir war es, als würde mich das Holz gefangen halten wollen. Mir fiel das Atmen zunehmend schwerer und ein wenig später blieb mir die Luft komplett weg. Ich musste raus, raus aus dem Wald, so schnell es ging. Es fühlte sich so an, als sei ich für eine Ewigkeit gerannt. Doch endlich war ich den Fängen des Waldes entkommen. Ich stand am Ufer des Sees, schaute umher und dann sah ich es. Es war eine kleine Brücke, welche eine Verbindung zwischen der Insel und dem Festland herstellte. Ich könnte schwören, dass sie zuvor noch nie da gewesen ist, aber neu sah sie nicht aus. Sie war alt und ein wenig heruntergekommen. Ich wusste, dass hier etwas nicht stimmte und musste diesem Geheimnis auf den Grund gehen. Leck mich! Zögerlich überquerte ich die Brücke und setzte Fuß auf der Insel. Und da schon sah ich ihn liegen. Ein kleiner schwarzer Koffer. Ich dachte mir, hm, eigenartig, was macht dieser Koffer hier? Ich wollte ihn mir ein wenig genauer anschauen und ging auf ihn zu. Ich sah mich um, ob hier womöglich jemand ist, der ihn liegen gelassen haben könnte. Aber es war weit und breit niemand zu sehen. Es fühlte sich so an, als sei es etwas Verbotenes auf diesem mysteriösen Stück schwimmenden Land zu sein. Aber ich musste weiter vorangehen. Und da stand ich nun, alleine auf einer kleinen Insel mit einem unheimlichen Koffer vor mir auf dem Boden. Es muss Bestimmung gewesen sein, die mich heute in den Wald führte. Irgendeine höhere Kraft wollte, dass ich diesen Koffer finde. Und so tat ich, was ich tun musste. Ich griff nach ihm, nahm ihn an mich und machte mich auf schnellstem Weg von der Insel herunter. Ähm, na, weil er verschlossen war. Deshalb hab ich ihn nicht aufbekommen und musste ihn mitnehmen. Ja, ich, äh, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, okay? Außerdem wäre es auf der Insel viel zu unsicher gewesen. Es hätte mich ja Leute beobachten können. Ja, aber da, das war doch davor. Es hätte sich doch in der Zwischenzeit jemand an mich heranschleichen können. Darf ich jetzt bitte meine Geschichte weiter erzählen? Das ist doch das Geheimnis. Jetzt nur Geduld, das erfahrt ihr noch früh genug. Ich weiß es noch nicht, okay? Ich hab keine Ahnung, was da drin ist. So weit bin ich noch nicht. Es muss irgendwas Wichtiges, irgendwas Bildbewegendes sein. Aber ich weiß einfach noch nicht was. Jetzt zufrieden? Meine Güte. Jetzt bin ich total raus. Ich weiß weder wo ich gerade war, noch was ich als nächstes sagen wollte. Vielen Dank auch. Setz dich. Gleich, gleich hier? Okay. Stell dich vor. Ähm, okay, ähm, hi. Ich bin der Künstler, ich bin 22 Jahre alt. Ähm, komme hier aus der Gegend und äh, ähm, ja. Was soll aus dir nur werden? Ähm, also, also, ich würde gern ganz groß rauskommen, reich und berühmt werden. Aber vor allem will ich mit meiner Kunst Menschen bewegen, ihnen helfen. Ich will irgendwas machen, was, was nachhaltig ist. Das würde ich gern mal hinbekommen. Und was genau erhoffst du dir hiervon? Ähm, also, ich sehe das als eine Möglichkeit, meiner Stimme Gehör zu verschaffen. Und ich hoffe, diese Chance nutzen zu können, um Personen erreichen zu können, die ich sonst womöglich nie erreichen würde. Ähm, ich will einfach was erschaffen, frei von der Bürde von Verantwortung und mich ohne Rücksicht auf Konsequenzen völlig und kompromisslos selbst darstellen. Nicht nur künstlerisch, auch menschlich. Und ich denke, dass... Du bist nicht gut genug. 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 Also, ganz gut, schätze ich. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, das könnte besser sein. Also nicht, dass ich sie jetzt hasse oder so, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich sie wirklich liebe. Die Frage ist mir unangenehm, ich würde sie gerne nicht beantworten. Wieso hat deine erste Freundin mit dir Schluss gemacht? Bitte? Inwiefern ist das hier von Belang? Warum? Außerdem weiß ich es gar nicht, sie hat es mir ja nie gesagt. Entschuldigung, es war ganz schön, aber ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt besser gehen. Nie siehst du, als sie bestätigt mir auch nur, oder? Äh, okay. Hier. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Es war Mittagspause und ich stand mit meinen Freunden an der Raucherecke. Sophia kam dann auf uns zu und wollte mich unter vier Augen sprechen. Sie zog mich zu sich und sagte dann nur, wir würden nicht zueinander passen und dass sie Schluss macht. Das war's. Ich kann bis heute nicht begreifen, wie sie mir so das Herz brechen konnte. Wir hatten doch zwei magische Monate. Okay, das reicht. Ich habe diese Scheiße doch nicht grundlos verdrängt. Was soll ich denn noch von mir preisgeben? Wer bist du denn? Das weißt du genau. Und was machst du hier? Ich will sehen, wie du zusammenbrichst. Und was mache ich hier? Du liest einfach vor, was für dich geschrieben wurde. Also, können wir weitermachen? Ja, sehr gerne. Prima. Dann will ich von dir wissen, was der beste Ratschlag war, den du je in deinem Leben bekommen hast. Und sei ehrlich. Nun ja, das ist schwierig zu beantworten. Ich schätze, mir hat mein ehemaliger bester Freund gesagt, dass man nicht zu viele Gedanken darauf verschwenden sollte, was andere von einem halten, weil man sich sonst nur einen Kopf darüber macht und nicht mehr auf die wichtigen Dinge achtet. Kurze Zeit später hat er sich umgebracht. Ich denke manchmal immer noch an Sophia, an die gemeinsame Zeit, die wir hatten. Aber das ist doch normal, das macht doch jeder. Wir hatten ja auch eine Menge Spaß zusammen. Ich habe nie mehr wieder an dich gedacht. Ich habe dich vergessen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Okay, Leute, ihr könnt zusammenpacken. Wir hören auf an der Stelle, wir brechen ab. Wir hören auf! Wir hören auf! Noch Stunden später lag der Koffer ungeöffnet neben mir. Die Frage, was ich denn in ihm befinden würde, wollte mir einfach keine Ruhe lassen. Ich wusste früher oder später, würde ich ihn öffnen müssen. In lebhafter Fantasie malte ich mir aus, welche Wunder mich erwarteten, welche Weltbewegungen einer Erkenntnis von mir zuteil werden würden, oder ob ich, der Auserwählte, auf Geheimmission geschickt werde, um die Menschheit vor ihrem bevorstehenden Untergang zu retten. Die Realität könnte sich schlagartig verändern, alles was dem Weg stand, war ich. Ich und meine Feigheit, die es mir einfach nicht zulassen wollte, dieses verdammte Ding aufzumachen. Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich ein Held sein, jemand, der die ganze Welt bewundert, doch mit jeder verstreichenden Minute verschwand diese Chance mehr und mehr. Ich konnte nicht länger warten, ich musste diese schwarze Kiste öffnen, hier und jetzt, damit dieser Teil der Geschichte endlich ihr Ende finden kann. Also tat ich es. Ich griff nach dem Koffer, öffnete ihn und fand … Nichts? Er war völlig leer. Es ist alles sinnlos gewesen. boy, ich bin immer gr membrane, wenn man im Bekanґ vos brok zijn und trafifte ihn stalkiert. Feige Odiceng Banbo, die er sich in dem Koffer gibt. Es ist alles einfass, er sagt, wenn auch im Lieblingssch Show ComUN.